Willkommen in der Welt der Reichen und der Superreichen, wo das Wörtchen MEIN eine ungeheure Bedeutung hat. Mein Häuschen. Mein Auto. Mein Mädchen. Mein Personal. Mein, mein, mein. Alles meins. Ein Brief für dich. Oh mein Gott! Casey Meadows' Aufstieg ist unaufhaltsam und geht mit großen Schritten voran. Sie wird... Hallo Jungs! Mein Chauffeur. Geschlecht. Weiblich. Kann man wohl sagen. Oh, Baby. Der ausgeflippte Punker ist ihre erste Fuhre? Was soll das? Das ist eine blaue Frau mit einer blauen Köter. Klaut dir den Schlümpfer! Danke! Noch nie in der 40-jährigen Geschichte der Firma Brentwood Limousine Limited wurde ein Auftrag dermaßen versaubertet. Sie war 20.000 Punkte wert. Das hab ich nicht gewusst. Wir laden den vertrockneten Wüstenfuchs auf eine Stadtrundfahrt ein. Sie haben den Scheich gekidnappt. Das wirkt sich auf die Benzinpreise aus. Man beschwert sich über ihre nächtlichen Eskapaden. Ich bin ihre Kollegin. Das ist ja das Schreckliche. Sie sind ein Aua! Ruinieren Sie nicht die Polster. Setzen Sie sich wieder hinter das Lenkrad und fahren Sie einfach los. Wirklich sehr charmant. Überhaupt nicht mackehaft. Ich liebe Menschen, die ihre Gefühle ausdrücken. Oh! Schlimm, wenn man verlassen wird! Es dreht sich alles um das eine. Bitte heirate mich. Mein Chauffeur. Was glauben Sie, was ich bin? Ein Idiot? Das wäre eine Untertreibung. Das Leben steckt voller Überraschungen. Gewonnen! Mein Chauffeur. Ab geht die wilde Fahrt.